Ja Leute, ihr werdet es kaum glauben, heute habe ich mal keine M4 für euch, sondern eine Skale. Hi Leute, mein Name ist Tom und wir schauen uns heute mal die Skale an. Wie immer mit dabei sind die technischen Details, der Schusstest, die Internals und das Speedshooting. Und das Speedshooting, Leute, das verspreche ich euch, das wird heute richtig genial. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Los geht's. Die Waffe ist vollständig lizenziert über Cybergun und trägt dementsprechend alle FN Hurstall Markings. Importiert wird die Waffe von GSG. Hierbei handelt es sich um eine SAEG, das heißt, ihr benötigt einen Akku zum Antrieb und reicht mit dieser Waffe ungefähr 1,2 bis 1,3 Joule. Das haben wir für euch selbstverständlich nachgekront. Die verwendeten Materialien bei der Skale sind Stahl, Metall und ABS. Aus Stahl gefertigt ist der Mündungsfeuerdämpfer sowie alle Schrauben und Pins, die an der Waffe zu finden sind. Der komplette Upper Receiver sowie alle Bedienteile sind aus Metall gefertigt. Der Lower Receiver, der Griff sowie der Schaft sind wie beim scharfen Vorbild aus Kunststoff gefertigt. Der Schaft lässt sich in sechs Positionen einstellen, ist einklappbar und man kann auch die Wangenauflage in der Höhe einstellen. Hier wird außerdem der Akku untergebracht. Die Skar hat ein Gewicht von ca. 2800 Gramm bei einer Länge von 735 Millimeter bis 800 Millimeter. Im Lieferumfang sind neben der Waffe noch zwei High-Cap-Magazine, ein Reinigungsstab, ein Akku sowie ein Ladegerät oder eine kleine Anleitung. Die beiden mitgelieferten Magazine sind High-Cap-Magazine und haben eine Kapazität von 300 Schuss. Als Korn wird hier ein Stiftkorn verwendet, das kann, wie wir gelernt haben, in der Höhe verstellt werden. Die Kimme lässt sich zudem noch in der Seite sowie auch in der Höhe verstellen. Beide sind außerdem abklappbar, damit ihr mit euren Optiken, die ihr verwenden wollt, keine Probleme habt. Alle Funktions- und Bedienelemente sind sowohl von der linken als auch von der rechten Seite bedienbar. Bei dem Bolt Catch ist das leider nicht der Fall, dieser lässt sich nur von der linken Seite bedienen, ist dafür allerdings funktionabel. Okay, Ska-L, erste Distanz, 20 Meter, ich nutze 0,25 Gramm BBs von Bolt. Nächste Distanz. Nächste Distanz, 30 Meter. Klappt auch schon mal sehr gut. Letzte Distanz, 40 Meter, schauen wir mal, was Ska jetzt noch schafft. Das klang doch ordentlich. Schauen wir uns nun das Schussergebnis der Ska-L an. Auf 20 Meter eine verdammt kleine, enge Gruppe, ziemlich viel in die Mitte gegangen. Einfach mega genial, oder? Auf 30 Meter haben wir schon etwas erhöhte Streuung, allerdings gingen eigentlich immer noch ziemlich genau alle Kugeln ins Ziel. Immer noch vollkommen in Ordnung. Auf 40 Meter haben wir keine 0,25 Gramm Kugeln mehr genommen, sondern 0,28 Gramm Kugeln und wollten somit die Streuung etwas verringern und haben hier immerhin noch 9 von 10 Treffern. Ich würde sagen, 40 Meter, Ska-L, gar kein Thema. Der verwendete Lauf ist aus Messing gefertigt und das Hop-Up lässt sich selbstverständlich einstellen. Der Motor ist ein Standardmotor, der ohne Probleme eure Feder, die innen drin verbaut ist, aufziehen kann. Der Piston, der Piston-Head, sowie auch der Zylinder-Head bestehen aus einem Polymer. Diese dichten allerdings nicht sonderlich gut ab. Der vorderste Zahn des Pistons besteht aus Metall. Die Zahnräder sind aus Stahl gefertigt und machen einen sehr wertigen Eindruck. Okay Leute, was haltet ihr eigentlich vom Speed-Shooting? Lasst doch mal einen Daumen nach oben ab, wenn euch das Ganze gefällt. Ich würde sagen, wir testen jetzt mal die Ska-L. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das war nochmal ordentlich, oder? Ihr wollt wissen, was ich über diese Waffe denke? Also ganz ehrlich, ich bin mega überrascht von der guten. Hier noch einen ordentlichen Lauf, vielleicht ein JBU, 6,03 Millimeter und das Ding ist wirklich Bombe. Das Einzige, was mich hier wirklich ein bisschen stört, der Ladehebel wackelt ein bisschen, aber das kann man sicherlich auch noch irgendwie fixen. Denkt dran Leute, liked da lassen, wenn euch das Speed-Shooting gefällt und ich melde mich ab. Bis zum nächsten Mal, euer Tom. Ciao. Ciao. Vielen Dank.